Hallo und herzlich willkommen zum neuen Hanfmagazin Produktvideo mit mir und heute geht es mal um die Haut. Dass vom Phytocannabinoid Cannabidiol nicht nur unsere Gesundheit bei innerlicher Anwendung, sondern auch unsere Haut bei topischer Anwendung profitiert, ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Produktvielfalt von Hautpflegeprodukten mit CBD wird immer größer und sehr toll ist auch, dass CBD nicht alleine den Kampf gegen Hautalterung, Hautrötung, Hautreizung und 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 aufnehmen muss, sondern dass es viele tolle Pflanzen gibt, Heilpflanzen, die schon seit Jahrhunderten auch zur Gesunderhaltung unserer Haut verwendet werden. Im heutigen Video stelle ich euch also die CBD Body Cream von Wey vor. Was die Body Cream von Wey so ausgezeichnet macht, ist eine Kombination aus Heilpflanzen, die sich alle gegenseitig in ihrer Wirkung unterstützen. Und weil ich ja immer gern für Praxistests bin, will ich doch eben auch einfach mal die Körpercreme ausprobieren. Ich trage mal eben einfach ein bisschen was auf meinen Arm auf und schau mal, wie es riecht und wie es sich anfühlt. Es ist ein ganz sanfter, sehr angenehmer, blumiger Duft, der von dieser Körpercreme ausgeht und man spürt sofort, dass sie recht reichhaltig und sehr pflegend und nähernd ist. Sie verströmt auf jeden Fall ein sehr angenehmes, mildes und unaufdringliches Aroma, mit dem man sich jeden Tag gut umgeben kann. Jetzt wollen wir uns als erstes mal die Inhaltsstoffe von der Körpercreme von Wey anschauen. Nachtkerzenöl wird nicht nur in der Hautpflege schon lange eingesetzt, sondern dient auch bei der inneren Einnahme als Mittel gegen depressive Verstimmungen zum Beispiel. In der Hautpflege hat sich das Nachtkerzenöl auch einen Namen gemacht, denn es spendet Feuchtigkeit, wirkt feuchtigkeitsregulierend in der Haut und hilft eben auch bei überempfindlicher und sehr gereizter Haut. Seit ein paar Jahren gewinnt der Edelweiß, ein bisschen her, der Edelweiße Extrakt in der Hautpflege und in der Kosmetik zunehmend an Bedeutung. Man hat festgestellt, dass er antioxidativ, anti-inflammatorisch, antiseptisch, antibakteriell wirkt und damit ist es natürlich ein ganz tolles Mittel, um der Haut bei der Heilung zu helfen und sie dazu unterstützen. Und auch das Hafer-Extrakt hilft der ganzen Wirkung von dieser Körpercreme, indem es einfach eine sehr gute Reinigungssubstanz für die Haut ist. Aus den Pressrückständen, die beim Olivenölpressen gewonnen werden bzw. zurückbleiben, wird Squalan gemacht. Squalan ist auch eine ölige Substanz, die sich hervorragend dazu eignet, Nährstoffe in die Haut hinein zu transportieren. Mit dieser Eigenschaft verstärkt Squalan die Wirkung der anderen Heilpflanzen natürlich enorm. Squalan selber hilft aber auch, die Haut geschmeidig und weich zu halten. All diese Substanzen, all diese Wirkstoffe unterstützen dann natürlich das Cannabidiol, was mit seinen Eigenschaften selber der Haut ziemlich viel Positives angedeihen lassen kann. Die Summe der Eigenschaften, aber auch vor allen Dingen die Kombination all dieser Heilpflanzen hilft natürlich dann dabei, die Haut gesund zu machen und lange gesund zu halten, sie zu pflegen, sie zu nähren und vor allen Dingen die Feuchtigkeit zu regulieren. Damit ist die Vey CBD Body Cream natürlich ein ideales Hautpflegeprodukt für die tägliche Anwendung. Ausprobieren lohnt sich also, denn egal was ich sage, von der Wirkung der Vey CBD Body Cream müsst ihr euch im Ernstfall schon selbst überzeugen. Ich hoffe also, euch hat das Video gefallen und dann sehe ich euch beim nächsten Hanfmagazin Produkt Video wieder und bleibt gesund, bis bald!